Miha Balo ist ein slowenischer Schauspieler. Leben Balo startete seine Schauspielkarriere in diversen lokalen Theaterproduktionen nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Später schrieb er sich an der AGRFT in Ljubljana ein, wo er das Studium 1952 abschloss. Ab 1953 arbeitete er am slowenischen Theater in Triest. Dort lernte er auch den Regisseur Josh A. Babi kennen, der ihm 1960 zu seinen ersten großen Filmrollen verhalf. Ab 1965 wirkte Balo auch in internationalen Filmprojekten mit unter anderem in diversen Carl May Filmen und weiteren europäischen Western. Auch sah man ihn in der 13-teiligen deutsch-französischen TV-Serie Oma Pacha in der Hauptrolle als osmanischer General. Seit dem Ende der 1970er Jahre widmet sich Balo wieder dem Theater, Filmografie, 1964, Untergeiern, 1965, Winnetou III, Teil, 1966, Winnetou und das Halbblut Appanatschi, 1966, Winnetou und sein Freund Old Firehand, 1968, Die Schlacht an der Nelefa, 1968, Rinaldo Rinaldini, Der Räuberhauptmann, 1969, Todesschüsse am Broadway, 1971, Marsgerade, 1971, Oma Pacha, 1973, Die blutigen Geier von Alaska.